Seit Mitte Oktober komme es vermehrt zu Geflügelpestausbrüchen in Deutschland, heißt es seitens des Ministers für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Haug in einer Pressemitteilung. Es sei nun besonders wichtig, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um Seuchenausbrüche zu verhindern. Tierhalter sollten im Rahmen ihrer Eigenverantwortung Maßnahmen wie Zäune und Dächer sowie Reinigung und Desinfektion umsetzen. Bislang ist aber noch kein Ausbruch in Baden-Württemberg bekannt.